hallo und herzlich willkommen hier ist wieder eurer captain minion heute wieder eine weitere escape from tug off aufgabe von mechanic signal part nummer one ihr müsst auf shorelines oder wir müssen auf shorelines besser gesagt zwei locations finden wo diese antennen stehen werde ich euch gleich zeigen das ist einmal der west wing oben auf dem dach und dann nochmal beim signal tower alles klar dann würde ich sagen lange rede kurzer sinn schlug mal direkt rein und sehen uns auf der map wieder so und da sind wir wieder auf der location shorelines am signal tower die location müsste bekannt sein wo wir uns hier befinden hier ist auch schon der erste ort den wir anlaufen müssen einfach hier so einmal rum dann werdet ihr auch sehen damit die erste stelle unten worden ist okay in dem fall ist ich jetzt die zweite stelle aber das ist der erste anlaufpunkt den ich jetzt angesteuert habe dann werden uns jetzt zum first signal begeben also bis gleich so da kommen wir jetzt bei der nächsten location an das hölz bar gebäude west wing wir sehen die beiden dinge beruhigte man jetzt aber man muss einfach nur Na komm Die Mission ist ein bisschen störrisch So, da haben wir ihn Dann sehen wir, beide Location gefunden Einfach reingelaufen Aktiviert Jetzt heißt es nur noch rauskommen aus der ganzen Geschichte Sehen wir uns gleich bei den Extracten wieder Und ich hoffe dann Michele will nicht rauskommen Also bis gleich So, da sind wir an Extracten Erfolgreich die beiden Signale eingesammelt Jetzt heißt es raus, Mission abgeben Belohnung einholen Und mal schauen was das gibt Da habe ich jetzt gerade nämlich bei der Mission Annahme gar nicht drauf geachtet Dann wollen wir doch mal Perfekt, haben wir direkt auf Level 30 mitgenommen Lüft sich gut So, Technik Abgeschlossen Abgeschlossen Ein neuer Gegenstand G50 Rounds Max Für ne SGMT Nice Direkt 3 Stück Nicht schlecht So Danke euch fürs Zuschauen Wenn es euch gefallen hat Lasst mir ein Like und ein Abo da Schreibt mir einen Kommentar wenn ihr Bock habt Und bis zum nächsten Mal Und bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal